Servus, liebe Freunde der Sonne, willkommen zurück zu Trackmania, einer weiteren Folge. Wir fahren jetzt mal Rallye-Rod. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das hatten wir schon mal. Cool, ich darf anfangen. Jedes Mal fahren wir nicht mehr Cup, sondern Turnier, bis jeweils mal 20 Punkte. Wir fahren alle Rund durch, alle Strecken. Wer in der Strecke dann 20 Punkte erreicht hat, hat diese Strecke gewonnen. Hat die keiner verstanden? Ich freue mich, wieder Rallye zu fahren. Oh, ich glaube, die sind wir schon gefahren. Ist egal. Ich glaube, die sind wir schon gefahren. Ist egal. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das musst du schon länger herassen. Was, das ist laut. Ich höre dich nicht. Ich muss es leiser machen. Mach halt leiser. Das ist eh nur Warm-Up. Ja, das mache ich dann. Ja, die sind wir schon gefahren. Ist egal. Ich fahre bei Rallye viel lieber auf dem Dingweg. Matsch, ja, ich auch. Weil du da mehr Platz hast. Was fährst du? Halt's Maul. Halt's Maul. Was ich finde, ey. Jetzt echt. Boah, besser, ey. Das war viel zu laut. Wie der übertreibt. Ja, was? Gibt er wieder 50% auf die Lautstärke? Mindestens. Mindestens. Ich glaube, wir sind wir sogar erst neulich gefahren, oder? Ja, das ist noch gar nicht so lang her. Da, wo das Geschrei hier groß war. AAAAAH! Jo. Wo das Geschrei hier groß war. AAAAAH! Also ich habe nur ein Tony nachgemacht. Ich habe nichts verkackt, ja. Ah ja. Man sieht es ja, wer hier fährt. Ich weiß ja, wo es zieht ist. Hehehe, noch durchgekommen. Ne, he, he. Ja, natürlich. Also irgendwie ist die Uhr da drin im Arsch. Die geht nicht richtig. Doch, die Null zählt auch noch mit. Da ist eine Sekunde. So, Freunde der Sonne. Jetzt zählt es trotzdem. Jetzt geht es rund. Sprach der Hund. Und stehe in die Waschmaschine. Yay! Der Abbrems nicht hilft. Man weiß es nicht. Haha. Boah, immer noch zu weit raus. Haha, ich auch. Ich nicht. Leicht! Haha, ich auch echt nicht. Verkackt, hä? Ja, weil er wieder... Ich verstehe das nicht. Verdammte Axt. Wie fahrt ihr das eigentlich immer, dass ihr nie einen Fehler macht? Ich verstehe das nicht. Warum fahrt ihr immer fehlerfrei? Das frage ich euch bei anderen Sachen immer. Ich fahr bei Rallye nur fehlerfrei. Beim Rest scheiß ich rein bis zum Gehtnichtmehr. Guck schon. Frag mich nicht warum. Und du hast mich. Aber Rallye bin ich einfach perfekt. Da kannst du nichts. Ihr habt immer einer von euch beiden und fahrt fehlerfrei. Ich fahr immer fehlerfrei. Nein. Fahr ich jetzt fehlerfrei? Du bist wieder Erster. Das kann sein, aber ich... Ah, Mist! Ich hatte dich fast. Mich? Nein, du bist. So, ich dachte schon. So, perfekt. Ganz. Ha, 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 ha. Aber... Hi, hi, hi. Ha, ha. Pube. Halt's Maul, Dominik. Ist so laut. Dreh mal die Gelauschtärke da runter. Hä? Wieso habt ihr beide 16? Nicht mal 8. Sind wir schon zweimal... Ach, wir haben keinen Warm-Up. Hä? Ach, das war kein Warm-Up. Wir haben keinen Warm-Up. Aha. Achso. Gut zu wissen. Endlich wird mir mein Traum wahr. Warum schaltest du es aus? Ich hab's nicht ausgeschaltet. Wir sind ja jetzt in einem anderen Ding drin. Wir sind ja jetzt bei Turnier. Ach, hör doch auf. Endlich wird mein Traum wahr. Warum hab ich immer gewinne? Ich, oder? Nee. Nein! Ich seh nicht doch, wie du so nach rechts wegfliegst. Dumm! Zappi, du hast... 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 Zappi, du hast 16. Okay. Und ich hab auch 16. Ja. Okay. Das heißt, Zweiter, Erster. Nö. Das heißt ja nö. Wenn ich durchs Ziel komme, habe ich... Nein, ich meine ich... Ich meine, ich habe einmal Erster, Zweiter und dann Zweiter. Äh, erst Zweiter, dann Erster. Ich hatte... Erst Zweiter. Bin ich jetzt geil gefahren. Richtig geil. Bist du geil gefahren, oder? Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, diese Runde ist zu Ende. Domi kann nicht gewinnen. Zappi schafft das. Ja. Ja, klar. Jetzt hat jeder gewonnen außer Domi. Zumindest so, wie ich es verstanden habe. Wieso? Weil jetzt haben wir 20 Punkte. Tu ja, schau. Hä? Das war es jetzt, oder? Part beendet. Nein. Nächste Runde. Nächste Strecke. Achso. Cool, gewonnen. Ja. Das ist so scheiße hier. Ja. Schau mal auf dem Dremden. Das ist gut. Das gefällt mir. Kein Warm-Up. Jetzt geht's wieder bis 20. Bitte nächste Runde. Kein Warm-Up. Nein, ist gut. Ja, weißt du, wenn man das nicht weiß, dann fährt man trotzdem gut, ne? Ja, ich weiß noch, Warm-Up gewinne ich meistens immer. Wie nicht meistens immer. Vielleicht. Ja, jetzt haben wir alles. Abkürzen. Ich wette, der macht's. Ja. Ich hab's gesehen. Ich wusste es. Weil wir die ja schon mal gefahren sind. Aber die ist easy. Ich kann mich erinnern, das ist noch gar nicht lang her. Nein. Das ist richtig gut. Das war vor ein paar Erfolgen oder so. Keine Ahnung. Ja, ein bisschen ist schon. Ja, da wurde es hier kritisch. Boah, da wusste ich einfach runterfegt. Boah, diese Scheiße. Ganz ehrlich. Ja, genau. Diese Pfeile an diesen blöden Kurven. Müssen die rausstehen. Man fährt voll dagegen. Tommy, bist du hinter mir? Ja. Siehst du mich? Ja. Scheiße. Warum? Ich wollte nur fragen. Und raus. Ich würde dann draußen fahren. Ja. Nee. Entschuldigung. Ach, passt schon. Bisschen hell mehr muss sein. Ah! Jetzt komm schon. Gas, Gas. Ich bin sauweit weg, Digga. Echt? Ist so schnell, ist so schnell. Wenn er das schon wieder gemacht hat, ich hätte den Bildschirm reingeschlagen. Du schaffst es nicht mehr rein. Nein, natürlich nicht, weil er wieder Fehler macht. Also irgendwie hast du bei TrackMan ja ganz schön eine Gefühl, ähm, Stimmungsschwankungen, kann das sein? Es regt halt, es regt halt so tierisch auf, bei Island. Jetzt reicht! Und was noch, voll gut. Vorhin noch, ja, ja, kein, kein Mom-Up. Ja. Entgeil, jetzt schaff ich's endlich. Jetzt regt er sich trotzdem auf. Entschuldigung. Ich hab eh nen Start verkackt vorhin beim anderen, weil ich noch dieses Schild wegklicken musste. Ich hab vergessen immer. Jetzt hör aber auf! Nö, ich hör nicht auf. Oh, ich darf noch mal. Rennen kommt nur noch weniger. Ja, das sagst du. Jetzt fliegst du wahrscheinlich sofort. Karma. Ich konnte komplett geradeaus weiterfahren. Get rekt. Ich dachte's, aber ich konnte es nicht. Ich verstehe es nicht. Wieso komme ich eigentlich nicht hinterher? Oh, scheiße. Du bist doch erst der Fehler. Ja, aber ich muss, ich muss bei Rennen immer drauf hoffen, dass irgendeiner einen Fehler macht, sonst gewinne ich nicht. Das ist das Problem, was mich so tierisch aufregt. Ja, wir machen doch Fehler. Das passt doch. Ja, aber nicht oft. Das ist leichter. Da muss ich drauf hoffen, dass ich keinen Fehler mache. Ich werde letzter. Nö, GAS. Nein, so knapp. Scheiß, Mann. Ich meine Sekunde. Nein. Jetzt bin ich wieder hin. Fuck. Scheiße, ich bin kaum letzter. Gib ihm 10 Punkte, bin ich erster. So, vorher so geil. Ich wundere mich so 16, 16, 8. Äh, hä, wir sind doch erst eine Runde gefahren. Ach so, oder? Genau, dann hä, Moment. 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 Jetzt ist er mir vielleicht wieder hin. Höhöhöh. Ja, halt's maul. Jetzt hauzt den Tuning gleich wieder hin. Höhöhöhöh. Ich mach verkackt sein. Nein, aber jetzt gleich wieder. Höhöhöhöh. Höhöhöhöh. Ich bin doch hängen geblieben, weil ich davor schrecklich geflogen bin. Krass, krass. Ja, dafür fliegst du gleich aus der Kurve. Ja, aber jetzt rückst du wieder leicht, toll. Mitten in der Kurve in Leck drin, ne? Kann das nicht jeder gerade passieren. Nein. Kannst du nicht. Ich muss mich auf sich denn schau. Ich weiß, ich bin nicht. Ja, ich bin geistig, ich bin ein. Bis gut. Klopp. Das kann ich, das kann ich, das kann ich, quasi. Alter. Alter. Das ist ja perfekte Fahrweise, ne? Vielen Dank, Toni, jetzt haben wir nicht mal mehr, jetzt haben wir nicht mal mehr den Ersten. Jetzt ist Tommy automatisch Erster. Ja, ich bin der Erste, du glaubst. Weil ich gewonnen habe, weil ich einfach besser bin. Ja, genau, ey, unfair. Wie ist das so gelaufen, Alter? Das ist nicht recht, das geht doch gar nicht. Aber wir laden gleichzeitig. Wie schlecht ihr im Rally seid, Mann. Das gibt's gar nicht. Ach, ich verstehe, wenn man gleich, der, also wenn man über 20 kommt, gilt, der heißt Erster, der in der letzten Runde Erster gewählt ist. Genau, du hast das wahrstellt. Ich kann mich an dir aber nicht mehr so gut darin. Stimmt. Wer nimmt denn auf? Seppi, oder? Äh, der ist eigentlich auf. Feiner, ich raste aus. Ne, ich... Ach, die hat er... Ah, jetzt weiß ich's wieder. Was ist? Die hat der Tuli ja nicht lange gemacht. Ja, genau, deshalb konnte ich mich nicht dran erinnern, weil ich's verdrängt habe. Ja, ich glaube, ich erinnere mich dunkelst. Ich hasse es einfach, wenn man dauerhaft in der Wiese fährt, du weißt... Man kann nicht aufholen. Ja, die sind doof, ja. Schlamm ist es am geisten. Also im Dreck. Dreck! Dreck, Dreck, Dreck an der Dreck, ja. Pus hat mich gerade gerichtet. Neiiiin! Ach, Gott! NOOHOHOHOHOHOH! Huren! Jetzt, Mann, weil ich lenken musste. Ja, ich auch. Ja, ich werf sonst voll raus. Fuck! Das hol ich trotzdem noch auf, ihr kennt mich bei euch! Ihr müsst vielleicht doch ein Punktlimit ein bisschen höher schrauben, damit das nicht gleich mit den ersten... ...zwei Runden gekehrt ist. Weil es ist schon, verdammt... Es ist schon krass... ...wie viel... Wasst du für eine Zeitbombe? ...bonus man eigentlich rauskriegt, wenn man nur schon in der ersten Runde schneller ist als die anderen. Ach, das hörst du, oder was? Ja, das hörst du. Du hörst, das ist der Lid, oder? Ja. Der hat ne Zeitbombe, der da vorne. Das klingt echt wie so'n Geticke. Ich dachte, der hat eine einzelne... ...dieses Chinesen-Giraffin. Jetzt hab ich dich, du Wurm! Nein, hast du nicht. Wohl! Ja, wenn du meinst. Ja, hab ich. Nein! Haha! So lebt's meinen, so komisch! Hehehe! Denop! Kleck mich! Keine Chance! Bist du vorm Toni? Nein, bin ich nicht. Achso. Nein, wir auch. Hahaha! Ich war ja mal letzter! Kleck mir, der regt mich so tierisch auf! Muss jetzt irgendwie an! Erste, erste, zweite. Ich muss jetzt irgendwie an, ähm, ähm, Polisierkette bedenken. Ein Auto zerlegt ist. Hehehe! Das war Mahony. Das war mit Sicherheit Mahony. Mhm. Komm. An die kann ich mich aber erinnern. Ja. Das heißt, kann ich so schlimm gewesen sein. Die hat der Seppi gehasst, glaub ich. Kann ich mich recht erinnern. In der Sinne... Nein! Ich weiß es nicht. Verdammt! Ne, ich glaub auch du. Das ist mir auch grad passiert. Ah, der kürzt der immer ab, genau. Der Wichser, ey. Wie der abkürzt. Das bringt dem nichts. Oh. Ne, glaub nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin halt dafür jetzt hier langsam wahrscheinlich. Jep. Vermutlich, ja. Das ist weiner links. Ich bin auch viel zu weit links. Ach, wie ich ja das nicht sehen konnte, ey. Stimmt, weil die Beile waren ja schwarz. Das war lustig. Schwarz wie die Nacht. Naja, nicht schwarz. Sie waren blau. Ah, nicht nur nicht. Ja, und ihr habt ja keine... Bleib blau. Da bist du immer vorbeigerauscht. Das weiß ich nur. Ach ja? Ne, das weiß ich nicht. Warst du nicht du? Ne, das war nicht ich. Das war er. Jetzt ist sie aber gleich zu Ende, Leute. Ja, ja. Komm schon. Komm schon. Ach verdammt. Ja, ja. Wieso keine Sekunde? Ja, schau mal, wie knapp das wieder war. Ach so, ja. Aber zu mir zu mir. Mindestens 1 Sekunde. Inzwischen Domi und mir war auch keine Sekunde. Ja. Fick dich. Fahre ich fast runter. Alter, ja. Ich wollt grad sagen, jetzt bist du raus. Der wär aber abgeklärt. Und jetzt bist du raus. Dann holt er trotzdem noch. Dann holt er trotzdem noch. Dann holt er trotzdem noch. Scheiß Steingedöns. Ah. Ja, vor allem mit dem scheißen Trick. Hör doch auf, um Happen zu kurz und Slug Royals. Das ist so eine Weckheit! Das nennt man Rache. Verdient. Hat's gekippt und er ist nicht reingekommen. Wird er wieder letzter, weil er so einen Scheiß macht. Ich muss. Jetzt kannst du aber nicht weckern. Domi. Mir fällt dir. Mir bleibt nichts anderes übrig, um zu gewinnen. Domi, gib Gas. Er soll nicht mehr rein. Nein, er ist hinten. Scheiße, er ist schon nah dran. Fick dich. Nein, das ist er nicht. Domi, gib Gas. Scheiße, ich hab vergangen. Ah. Ich auch, du auch, gell. Weil wegen dem Hupen, gell. Ja. Nein. Nein. Ja. Ja, gib Gas. Schafft er nicht mehr. Das kotzt mich so an. Mir bleibt nichts anderes übrig. Nee, schafft er nicht. Oder? Nee. Eins. Null. Boah. Alter. Kleiner Wichser, Alter. Aus's letzte. Du Lacker. Weißt du was der Witz ist? Jojojo. Wieso sind's jetzt 3? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil wir noch keinen 16 haben. Ja, ja, keinen 20. Äh, 20. Achso, das geht jetzt immer um 20. Ja, das fällt jetzt jetzt ja auch oder was? Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht gemerkt. Wo zählt man noch mal? Steuern war oben. Alt war zielen? Wo zählt man noch mal? Genau, ja. Alter, was war denn das? Der Poli voll driftet, ey. Der Schnitt driftet! DKA 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 D Ja, hab ich verloren. Schau mal, zwölf Sekunden. Ich hab's vorher noch geschafft, zwölf Sekunden, glaub ich. Ja. Echt? Oh, du holst auf, du, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Sind immer noch zwölf. Schau, ich muss teilweise abkürzen, sonst gewinn ich nämlich nicht. Hmhm. Mir bleibt da nix anderes übrig. Also, schau, jetzt hab ich wieder nie mehr gewonnen. Tja, ist bei mir bei Extreme Bike angewiesen. Hast du nicht gewonnen? So. Bin trotzdem letzter. Diesmal. Da kürze ich auch ab und ich gewinne trotzdem. Hätte ich nicht mal mehr ins Ziel fahren müssen, eigentlich. So klar, dass ich wieder nicht gewinne. Du hast mich jetzt noch nicht einmal gewonnen. Nein. Oh, jetzt muss ich aber was einfallen lassen. Die Boxenkool ist ganz schön böse. Le Mans. Schau mal, was hier gerissen wird. Ja, wieder lauter Zeug können, was man nicht braucht auf der Karte. Trink mich. Dass du inconstructahu. Dschingack. 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 Dsingack. Dschingack. Són. Dsch рядом. ausdecken bleibt Gellerreinigung hallo ich bin auf mich zu lachen zu bringen ich flieg auch gleich runter mal er klopfte erst an weil er mit der Tür ins Ausfeld Scheiße! Nein es war die Kacke Jetzt regt er sich auf jetzt passt auf jetzt regt er sich auf ich kriege nicht mehr die Kurve davor seid ihr hässlich Ich zieh euch, ja! Hey du, ich hab die letzten zwei Dänger gewonnen, ja? Nein, Seppi hat's geschafft! Nein! Du bist jetzt verkackt, oder was, Toti? Nein, aber trotzdem. Trotzdem kriegt er den Jackpot nicht da, wo ich drin bin. Ja! Perfekter Sprung geschafft! Das schafft er auch nicht! Das schafft er auch nicht! Ja! Ja! Das war so klar, dass er wieder hängen bleibt! Das sag ich doch! Das schafft man doch nicht rein! Ja! Wie er nicken vorm WC sitzt! Ja, ja, ja! Völlig vorbei! Ich wusste, dass du da vorbeifliegst! Ich blick immer vorbei! Ich fahre wieder in diese Scheißkette da! Wie machst du das da immer? So gut! Ja, komm! Ich doch auch! Ja, Mann! Ganz ehrlich! Jetzt krieg ich meine 10 Punkte nicht zusammen! Haha! Scheiße! Ich auch! Du bist jetzt schon wieder! Oha! Das ist aber garstig! Das ist schon zweimal hängen geblieben jetzt! Darf ich nochmal anfangen! Und? 13 Sekunden! Ja! Nicht schlecht! Ganz lang! Fällt er wieder fast um! Ich fällde dich um! Mach mal das! Nicht hetzen! Oh! Oh! Schafft! First try! Gib jas! Gib jas! Das ist doch ganz gut hier! Wieso fahr ich eigentlich jedes Mal gut? Ich verstehe! Gib jas! Nein! Nein! Ach Mann! Elf Sekunden, ich war gar nicht... Hab ein bisschen aufgeholt sogar. Ich versteh's nicht. Wie macht ihr das? Was hast du gemacht? Ich versteh nicht, wie du das nicht schaffst. Ja, so einfach. Ja, das war jetzt, weil ich langsamer war, aber ich bin ja schneller. Also fahr ich weiter nach rechts, damit's nicht funktioniert. Jetzt haut's uns runter. Ich hab zweimal den Anfang jetzt verkackt, und bin trotzdem noch reingekommen. Ich hab schon keine Chance mehr. Weißt du, da wo diese... Ja, weil ich getrödelt hab. Ja, aber... Weißt du, am Anfang, da gibt's ja so'n Tor. Und ich bin zweimal hängen geblieben. Beim ersten, neu geblieben, noch mal rein. Fährst du jetzt nicht mehr, oder was? Nö, zu dir. Stimmt. Kannst du zuschauen. Ja, drum hab ich's ja gemacht! Ja, das passiert ja natürlich nur dann, wenn ich nicht mehr mitfah! Guck mal, wer's? Da ist hier. Jetzt haut's mich auch runter, dann rastet der komplett. So, jetzt zieh ihn. Ich zieh ihn, find ich. Nicht, nicht schieben. Weil ich bin vor, du weißt. Vielleicht kann ich sehr besser. Nein. Wenn du crashen könntest, ne? Nein! Kleiner Pimmelberger, du. Schadenfreudiges bist du. Ja, ich muss ja erster werden, irgendwie. Musst du nicht? Scheiß muss doch! Nein, was mach ich, was mach ich, was mach ich? Naja, es ist... Ja, doch, hängt davon ab, wenn's wir halt gewinnen. Ja, es gibt Gas, gib Gas! Punkte sind lustig. Punkte sind tatsächlich lustig. Punkte sind tatsächlich lustig. Jetzt muss ich aufpassen wegen dir. Das ist nur. Da. Da. Luft anhalten. Jawohl, das hilft immer. Gib Gas! Schau mal, wie er ihn macht. Ja. Ja! Boom! Guck mal, mein, mein Auto hängt noch. Naja. Kann ich mir jetzt nix. Biusch! Hm? Ach, nix. Bios! Wartet mal, wer ist denn? Ich! Zack! Naja! Im Sinne, sehen wir uns bei der nächsten Fahrt wieder. Wenn's wieder heißt, Track Media. Jawohl! Adios! Tschau! Tschüss!